jo leute und damit zurück zu donkey kong country mit flash mit centus dem bananen sammler mein lieblingslevel hast du beim super mario cut die achte folge mitgekriegt was ich für eine ansage gemacht hat nein wir kommen zu super mario world nein das war doch bei donkey kong hier auch nein bei donkey kong hast auch gesagt bekommen aber bei mario cut hat keiner das von uns geschenkt wir checken doch nie was ja das glaube ich ja auch schade ach du scheiße hab ich da botze hahaha heiß Ah daddy unten ach nein haha hahaha Und du lachst dir auch noch kaputt? Hm, das merke ich mir. Ich weiß auch gar nicht, wie laut der in Game Sound jetzt bei mir ist. Ich könnte den, glaube ich, gerade mal ein bisschen hochpöppeln. Aber nicht viel. Ups. Das ist falsch. Du musst erst einen Biber und dann auf das Vögelchen springen. Ja. Hm. Naja, probiere ich auch nochmal hier. Wäre schon lange nicht mehr hier gewesen. Nee. Alter. Ich hab doch schon ein Rad geschlagen. So schnell war ich auch noch nicht mehr weg. Ne. So schnell war ich auch noch nicht weg. Nein. Nein, nein. Ah, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Hat's aber machen. Dann siehst du, dann kommt irgendwo gleich. Da ist der Vögelchen, dann schaffst du nicht. Ehrlich? Äh. Irgendwie ist es. Komm schon. Lass mich. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ehrlich? Ehrlich? Ehrlich jetzt. Sicherlich. Das war ein bisschen rechtzeitig zu drücken. Zu spät. Ja, komm, komm, komm. Und so ein. Das ist auch so. Das ist auch so. So, meine Freunde, wo seid ihr denn? Da kommen sie. Und einer meiner Freunde. Da kommt der zweite. Okay. Ich will gerade sagen, ihr kommt noch ein dritter Freund, aber da kommt der auch später. Ja. 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 Ich sammle das K vielleicht doch ein. Sagst du? Ja, ich weiß nicht, wie gut man hier... Ja. ...bekommt. Das bist du ja. Schön. Wah! Wah, 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 wah. Boah, die Klasse ist eins der beschissenste, was ich mithasse mit den Seilen. Wegen Rutschi-Rutsch. Ja. Allein wegen Rutschi-Rutsch schon. Wie kann man so ein Leveler finden, was die ganze Zeit nur am Rutschen ist? Weil, merkst du doch, wie man das kann. Wenn man langweiler hat. Oh, da warte mal, da kommen meine Koko-Freunde. Glau ich's, komm. Glau ich's, komm. Hä? Ah, nur weil der Bildschirm da unten ab... Ja, ja. Ich bin die wieder. Ach du Scheiße. Oh, endlich. Der schafft es uns, ey. Yay! Oh, Koko-Dong. Damit von Koko-Dog bist du. Aber das auch. Den Arsch. Hm. Ja, das muss er. Nee. Nee, hier. Ja, oinky oink. Nein, scheiße. Oh. Koko-Dog. Okay. Das ist so gemein. Oh. Was? Was? Da war ne... Da war ne Tonne drunter? Ja, irgendwie schon. Vielleicht ist auch möglich, wenn ich da oben langkomme, vielleicht auch ein Frosch da ist. Naja, glaube ich nicht. Also die Bienen könnte der Frosch ja ganz einfach umgehen mit. Konk. 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 Nach Banane. Pak. Onk. Onk. Da stand Onk. Nein. Ich sag das nicht. Nein. Machen wir immer 15 Minuten so. Plus, minus. Ja. Ja, ja. Gut. Gut, 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 gut. Was ist denn das für Probleme, dass das so lag? Weiß ich nicht. Hier ist nix. Ich habe meine Ruhe zuhause. Ja, oh. Ja, oh. Die Sache ist gut. Das ist ja... Bei mir kann das ja da nicht dran liegen. Naja. Ich glaube immer noch, weil es einfach nicht so ganz kompatibel wirklich richtig ist. Ja, aber wir... Sonst hatten wir auch selten solche Probleme. Fuck. Weiß es nicht. Ich schau gerade, was ich alles offen habe, aber... Davon ist auch nix. Ich kann mal gerade... Oh, 34% CPU-Auslastung. What? Wieso? I don't know. 40. Kann auch da dran liegen. Aber nur 2,67 GB. Ja, trotzdem. Und mehr CPU-Auslastung ist. Mhm. Kann das nämlich auch da dran liegen. Das können wir gleich mal checken, wenn wir... einen kurzen Cut gemacht haben. Guck 20 Minuten. Also, nach 15 Minuten. Dann schau ich mir das mal an. Ciao, ciao, ciao. Ah, jetzt kommt meine Lieblingsstellen hier. Ja. Vor allem, ich bin schon beim Safe. Ich weiß gar nicht, wie lange du gebaut hast. Ja, jetzt... Jetzt der Nahr mit den Fässern kommt das jetzt. Sonst kommt erst mal noch einer. Oh, ich bin genau richtig reingesprungen. Das ist ja noch einfach. Erst wenn er von unten nach oben hoch geht. Ja, ich weiß. Habe ich eben auch zu spät dran gedacht. Ja, da müssen wir gleich mal schauen. Ich glaube, ich muss gerne mal den PC einmal kurz einen Moment runter fahren. Ja, ich glaube, ich sollte meinen PC auch mal neu starten. Ich sehe manchmal einen Vorteil, das zu tun. Komm mal her. Voll, der ist schon wieder ein paar Tage lang an wegen Hochladen die ganze Zeit. Ja. Und wir sind die ganze Zeit nur am Zocken. Das kenne ich irgendwoher. Oh, woher nur? Oh, da kommen ja zwei. Ja. Hätte ich die Probleme nicht, hätte ich eine schnelle Internetleitung, ne? Bei Rändern bin ich komplett fertig. Ah. Ah. Uah. Ey. Uff. Ah. Kann grad nicht. Ah. Konzentrieren. Nein, brauchst du nicht. Woh, 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 woh. Was geht hier denn da oben los, Biene? Ah, da kommt irgendwas gefährliches. Bumse, 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 Biene. Sagst du? Das beißte mich bestimmt gleich einer noch. Vorsicht. Ach du Scheiße. Nee, du musst da weiter. Puh, ho, 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 ho. das video habe ich noch nicht gar nicht ganz so durchgesippt muss man machen ok später vielleicht doch ein jahr lang sind die dabei gewesen also ja also die idee dazu man hätte auch abstimmen können wir alles unter reichen also was habe ich glaube ich schon mal mitbekommen ja das hatte ich auch schon mal mitbekommen das ist mir eingefallen wird das gesehen hat und am ende des videos kannst du mal voten wer rausfliegen soll oder wer also wer gegeneinander antritt der mit den meisten mit dem wenigsten etwas wenn ich mich richtig entsinne naja ich glaube die meisten glaube ich leid das war ja auch so eine art kickstarter programm ach du scheiße ist das da gerade rechts neben gesehen ach du scheiße ja ich will doch nicht da hoch ganz ehrlich jetzt muss machen wenn ich gerade wieder zurückkommt oder so rum ich glaube da geht es auch nämlich zum ausgang da sei halt da habe ich ja gar nicht ich habe nur gemerkt dass die dingen rübergegen ich dachte auch so kommen springst du weiter oder so scheiße diese dreck war wohl schlecht erspricht ja ich muss jetzt aufpassen ja nicht entweder speichern oder reisen muss müsste damit wir im guten alten ersten level wieder und nicht punkte fahren oder zu spät vielleicht oder zu spät ist es eigentlich gar nicht wirklich wunderlich ist dass ich ja ja mit beiden abgestürzt da ja okay wie leben hast du jetzt noch 9 von 25 da kann schon viel leben verloren ja sicherlich so gemeine man kann sich auf jeden fall hier okay okay so ein fressack wahrscheinlich wirklich auch mit der cpu auslassung zusammen jemand hat hat wahrscheinlich mal 64 so gelegt naja da habe ich aber nicht drauf geachtet wie für cp ist ruhig und taten verbrüche sind es hat einen knall sind es hat einen knall sind es hat ein knall da haben wir sind 34 35 ständig 97 habe ich mal bei mir aufgemacht da bin ich also knapp das verarsch ich von denen fängt dran letzte bewegt sich wo ist denn da hast du scheiße ja dauert ein bisschen vor allem das sei gekostet hast du gesehen was gehst weißt du was geil und ich würde sagen damit speichert abgespeichert und wir sagen und bis später dann tschüss